Jo, ähm, könnte ich mir denn schon den nächsten kaufen? Also wir haben hier, ähm, den Wolfswagen, also oben den Opol, dann den Wolfswagen, dann den BWM, dann den Porsche und dann den Mercedes, SLK, GTA und hier, wie ja eben schon gesagt, den Lamp-Tar-Kin-Knie. Und das ist der Schnellste. Der Wolfswagen kostet 1 und 4, hab ich nicht, shit. Also muss ich tunen. Ah, guck mal hier, Beschleunigung. Wie viel macht das? Ja, doch schon viel. Das ist ABS, konnte ich mir auch leisten und die Young-Schaltung 211. Hoho, ich bin nicht zu bremsen. So, wo geht's jetzt hin? In Hamburg fahren wir. Das ist ja cool. Vor allem ja, glaube ich, einmal durch Deutschland, kann das sein. Ich hab's nicht mehr so... Was ist denn jetzt mit meiner Merda los? 2, 1, los! Oh, was ist denn hier los? Eieieiei, ist das jetzt so gewollt, dass das so komisch aussieht? Ihr könnt euch nicht vorstellen, ihr könnt es euch wirklich nicht vorstellen, wie viel Arbeit das jetzt hier war, euch das jetzt hier zeigen zu können. Boah, das ist, was ist das denn für eine Wackelkiste, die ist jetzt hier geworden? Eieieiei! Achtung, Radar! Erwischt! Batsch! Und wie die wegfliegt! Eieieiei! Ich weiß, ich wollte die Klappe halten, aber das nervt mich jetzt. Hä? Ähm... Hä? Was war denn das jetzt? Ähm... Hallo, ich will in Hamburg nochmal fahren. W-w-w-was war das denn jetzt, bitte? Wieso bin ich denn auf dem dritten? Ach ja, hier sehen wir es. In Köln, Köln-München, München, München-Berlin. Genau so war es. Ich bin Zweiter geworden. In 3 Minuten 29. Ich bin doch nur an die Tankstelle gefahren. Was soll denn das für ein Scheiß? Okay! Na, herz aller Liebst. Ja gut, dann Hamburg-Köln, würde ich sagen. Gott, die Scheiß! So, jetzt ohne Grafikfehler. 2, 1, go! Also, das werde ich auf jeden Fall noch nachreichen. Denn ich denke, ich werde hier die Etappe einmal durchfahren. Ah, das sieht besser aus, meine Grafik. Und dann... Oh, wir setzen uns ab. Mit dem Opel Ashtar 230! Leck mich am Arsch! Ich, äh, wie gesagt, werde die Etappe hier einmal komplett durchfahren. Und dann... Und dann euch die einzelnen Autos einmal zeigen, wie sie fahren. Anhand, ich denke mal, irgendeiner Etappe. Ich meine, die kann man sich dann nachher... Was? Aussuchen. Ja. Seht ihr, was ich meine? Die Kumi-Wandel. Bis wir dann nachher den Lamp-Duck-Ini haben. So, jetzt mache ich aber nicht wieder den Fehler und fahre jetzt hier. Ich bin wieder auf dem dritten Platz hier. Nein, 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 nein! Nein! Iiii! Ich habe das früher mit Lenkrad gespielt. Das war um Lingen einfacher, weil man konnte wesentlich feiner lenken. Oh, hier schön mit Baustelle. Jetzt hier mit Tastatur. Ist das... Hau ab! In den LKW rein. Ist das... Ah, ins Auto rein. Ist das, äh... Ein wenig schwieriger. Ja, hallo. Komm, wir sind auf der Autobahn. Ich fahre 120. Hier gibt es eine Richtgeschwindigkeit. Hier ist 130. Oder? Ne, wie schnell dürfen wir? 80, glaube ich. Nein! Oh, Gott. Ey, du kannst machen, was du willst. Die Hole... Also, das ist... Das hasse ich so. Wenn er spielt, siehst du, denkst du, jetzt kriege ich dich, dann kannst du machen, was du willst. Ich sag ja, man könnte hier auch 400 fahren. Radar, wo? Da! Nein. Ach, schon wieder. So, ich muss auch Geld verdienen hier. So ein Mist. Oh, das war knapp. Und wir kommen wieder nicht wirklich näher. Da ist... Ne, doch. Ich dachte, das wäre das Ziel. Da ist das Ziel. Ne. Ne, auch nicht. Irgendwie sieht jetzt alles wie das Ziel für mich aus. Oh, nein. Ich muss schon wieder zur Tanke. Oh, das ist doch zum Mäuse-Level. Ich bin erster. Zweiter. Dritter. Na, ja, nee. Ist klar. Auf der Tankstelle. Habe ich noch Chancen, Zweiter zu werden? Ich glaube nicht. Wobei, da vorne fährt er. Nja. Oh, was ist denn hier los? Ja, jetzt wollen wir hier über den Rhein. Haha. Nein, da ist das Ziel. Da ist der Dom. Naja, immerhin Zweiter. Ey, und das steht schon auf Einfach. 35.000. So, weiter geht's. Na, Auto ist geput. Schauen wir mal. Wergestadt. De Schore Ruhm. 45.000 haben wir. Wenn man sich das jetzt mal so anguckt. 193 zu 226. 18 zu 45. 29 zu... Würde es jetzt keinen Sinn machen. 59. Hier würde es Sinn machen. Naja, okay. 30%. Wir fahren in Köln. Meine Hassstadt. Ich bin Düsseldor, aber ich darf das sagen. 3, 2, 1. Low. Low. So, dann... Schaut mal, liebe Kölner, ob ihr eure Stadt wiedererkennt. Hier schön über den Reumark, über die Ringe. Also, das war damals. Das muss man... Also, da muss ich das Spiel jetzt mal wirklich... Ja, klar. In Schutz nehmen. Ich glaube, das hier ist... Keine Ahnung, was das war. Hier. Passt das mal nicht mit der Kurve. Muss das Spiel mal in Schutz nehmen. Und, wie gesagt, zur damaligen Zeit... Mitte, Ende... Ja, das ist typisch Köln. Mitte, Ende der 90er ist das wirklich hier das Nonplus Ultra gewesen. Also, das muss man doch mal ganz klar so sagen. Es da gab ein 56k-Modem. Da konnte man mit Mobsgeschwindigkeit ins Internet. Und der Tonimpuls... Oh, herrlich. Ich glaube, die etwas Älteren unter uns erinnern sich noch. Leibhaftig. Hör mal, die Polizei eine Backe. Oh ja. Da hat man halt mit dem PC nicht im Internet gesurft, sondern halt Spiele gespielt. Und, ähm... Na, hier ist es enger. Und da, wie gesagt, war das hier schon echt cool. Natürlich. Und die Polizei... Äh, verschwindet auch irgendwann, wollte ich gerade sagen. Die, 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 die. Die, 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 die. Nein. Komm, Mann. Wer baut denn da eine Scheiße? Dritter wieder. Oh, nee. Und ich muss tanken. Äh. Weg. Nein. Wenn ich jetzt die Einfahrt verpasse... Das darf nicht wahr sein. Also, das finde ich, hat man ein bisschen übertrieben. Klar, die Polizei ist hier dann stärkster Feind, aber... 90 Tacken. Für den Opol. Und das zu D-Mark-Zeiten. Oh. Wer hätte auch schon wieder... Der Brabant war vor mir. Weißt du, Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben und ich steht ein Blitzer. Ha, wie geil ist das denn? Ja, okay. Wenn man mit... Ja, sehr gut. Wenn man mit 200 an der Polizei vorbeifährt, in der Innenstadt, da könnte man von ausgehen, dass hier der kommen. Oh, oh. Oh, oh, oh. Boah. Jetzt zeige ich ihr aber meine Skills. Oh, scheiße. Komm, ich bin mal erster... Wenn ich jetzt hier gerade in Köln erster werde, ne? Scheiße, Blitzer. Nicht mit mir. Oh. Oh, 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 oh. Hier schön unter den Dom. Hauptbahnhof. Bam, bam. Weg, weg, weg. Weg. Ups. Man kann das hier wirklich als Bande benutzen. Oh, wie geil. Oh, ja. Es klappert schon, hört das? Wie viel Schaden haben wir denn? Oh, schon über 50%. Eieiei. Aber das Rennen will ich jetzt hier mal nach Hause fahren als Erster. Wobei, ich muss ja auch noch einmal tanken. Ja, genau. Ja, genau. Klasse, Sperre. Ja, da ist das Ziel. Gerade... Oh, nein, ey. Warum muss ich ausgerechnet in Köln erster werden? Das schreit nach neues Auto. Nach Quatsch, nicht Steuerung. Ja, krieg ich auch nicht mehr so viel, ne? Da haben wir den jetzt hier... Ah, ein Porsche habe ich noch nicht genug. Scheiße. Tja, soll ich warten jetzt? Na, ich warte lieber. Ach, wobei, ich wollte ja euch alle Autos zeigen, ne? Es ist eigentlich vollkommen egal, welches Auto wir ja haben. Die fahren alle gleich. Sie sehen nur anders aus. Dann habe ich nichts mehr zum Tunen. Meine Beschleunigung, 27 zu 45. Ich lasse ihn nicht reparieren. Für 680 Mark. Gut, dann geht jetzt von Köln. Nach Bayern.